Kapitel 6 Schicksal in Flammen und Elend Am nächsten Abend in den Tiefen der verderbten Teufelswaldes Ich bin nach 10.000 Jahren endlich frei. Aber noch immer denkt mein eigener Bruder, ich wäre ein Schurke. Ich werde ihm meine wahre Macht zeigen. Ich werde ihm beweisen, dass die Dämonen keine Macht über mich haben. Seid ihr euch dessen gewiss, Dämonenjäger? Denkt ihr, euer Wille ist wirklich der eure? Ihr stinkt nach Tod, Mensch. Ihr werdet es bereuen, euch gegen mich gewandt zu haben. Dann kommt. Ihr werdet sehen, dass wir einander ebenbürtig sind. So könnten wir noch ewig weiter kämpfen. Worauf seid ihr wirklich aus? Der Schreckenslord, der diese Armee der Untoten anführt, wird Tichondrius genannt. Er hat die Kontrolle über ein mächtiges Hexenmeister-Artefakt namens Schädel des Gul'dan. Es ist für die Verderbnis dieses Waldes verantwortlich. Und ihr wünscht, dass ich es stehle. Warum? Sagen wir einfach, ich hege keine Freundschaft für Tichondrius. Und derjenige, dem ich diene, würde von dem Untergang der Legion profitieren. Warum sollte ich ein Wort von alledem glauben, kleiner Mensch? Mein Meister sieht alles, Dämonenjäger. Er weiß, dass ihr euer Leben lang nach Macht gestrebt habt. Nun ist sie zum Greifen nah. Packt sie und um eure Feinde ist es geschehen. Tja, okay, der Schädel des Gul'dan vernichtet alle Dämonentore, das den Schädel beschützt und bringt Illegal zum Schädel des Gul'dan. Und da sind wir wieder im Basenbau und natürlich erstmal hier ganz schnell ein bisschen Forschung betreiben. Uns den neuen Helden angucken. Hat eine Scroll of Town Portal, also Stadtportal, einen großen Mana-Trang, kann Mana-Brand, kann den Feuerbrand aktivieren, was sehr cool ist. Hat die Chance zu entrinnen und später... Oh, ah, das kommt dann wohl erst mit dem... Naja, ihr wisst schon, was wir dann einsammeln gleich. Okay, des Weiteren, wir haben unsere Clown-Ruiden, die hier eine schöne Bärengestalt haben. Deswegen müssen wir definitiv in die Richtung gehen. Haben wir natürlich jetzt in die Richtung verschwendet, macht aber nichts. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit mit der Rüstung von Urto-Illustrient. Ah ja, okay, cool. Wusste ich gar nicht, dass man das erhöhen kann. Sehr viel zu forschen gibt's. Hier gibt's die Bärengestaltruiden. Die brauchen nur den Baum. Meisterausbildung der Clown-Druiden. Okay, die brauchen nur die Meisterausbildung der Clown-Druiden. Deswegen investieren wir mal da. Bis jetzt ist ein Feuerbrand, weiß ich. Ihr wagt es, mich anzusprechen. So. Wir packen die einfach in Gruppen rein, wie immer ihr kennt das. Wir packen das und das in die Gruppe rein. Wir packen das da hin. Erhöhen wir hier noch ein bisschen den Schaden. Und holen nochmal welche. Lasst uns doch mal ein bisschen scowlen. Mal schauen, was wir so finden. Ah, hier ist überall Sackgasse? Ne, ist es nicht. Fuck, okay. So, was können die am Anfang? Die können am Anfang... Ah ja, Gebrüll immerhin. Iiih, ein Molag-Mutant. Das ist ja mal ödlich. Frei heraus. Ich bin blind. Forschung abgeschossen. In Position. Ich werde ungeduldig. Dann werden wir Verjüngung hier einsetzen. Ah, der nimmt gut Schaden. Ich werde ungeduldig. Ist schön, dass wir halt keine I-Tips mehr vom letzten Mal haben. Ist echt schade. Ist das alles? Satire. Auch hier Verjüngung ansetzen. Ach, der hat im Tode wieder gelebt. Ist ein Sack. Weiter Verjüngung verwenden und dementsprechend... ...mal hier welche ausbilden. Vielleicht auch... Äh... ...Kliefen. Der Kliefenschleuder, die ersten... Ne, wir brauchen das hier. Baum der Ewigkeit und Jägerhalle. Baum der Ewigkeit machen wir gerade. Also bilden wir nochmal eine Jägerin aus. Und im Endeffekt läuft es daraus hinaus. Oh, warte mal. Brauchen wir davon welche? Ich weiß nicht. Wir packen hier auf jeden Fall nochmal welche hin. Vielleicht noch eine Triade ausbilden. Das noch mit reinbringen. Und definitiv hier. Es ist mehr Holz erforderlich. Okay, mehr Holz, sorry. Der Schläfer ist erwacht. Ja, willkommen in der Armee. Meine Kraft gehört euch. Sprecht frei heraus. Ich werde ungeduldig. Erleuchte meinen Weg. Fast euch kurz. Können wir uns mal kurz zurückziehen. Einfach ein bisschen regenerieren. Ich habe natürlich vergessen, hier den Feuerbrand zu deaktivieren, wenn Gegner da sind. Das vergisst man relativ schnell. Ich habe Rache geschworen. So, ihr könnt euch mal regenerieren. Er wagt es mich anzusprechen. So, sehr schön. Die Würde ist immer noch vergiftet, ne? Krass. Ah, die weite, weite Welt. Hätten wir Magie aufheben? Die können es aufheben. Was ist der Ruf der Natur? Dann sammeln wir noch ein paar Truppen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man die einfach ein bisschen verbessert. Was genau bringt das? Ich habe es gar nicht gelesen. Die Angst zur Reichweite. Oh, Reichweiten sind immer gut. Dauert noch ein bisschen. Hier kommt gleich der nächste. Sehr gut. Gleich hier. Komm mal ran. Euer Gebäude ist fertig. Ah, nicht aufgepasst. Okay, dann. Die bauen wir mal nach vorne. Und hier auch noch einen hin. Und vielleicht, ich weiß natürlich nicht, ob wir angegriffen werden. Deswegen, wo sind sie denn? Das sind die hier. Packen wir mal hier einen hin. Okay, sorry. Das ist doch zu viel Holz. So, hier ist die Forschung fertig. Sehr gut. Und es fehlt haufenweise Holz. Ich glaube, ich pushe gleich mal hier ein paar unserer kleinen Waldgeister. Sobald er hier fertig ist. Eins, zwei, drei. Machen wir da gleich mal so viel. Vorwärts. Nein, hier wird keiner erobert. Das weiß ich. Was kostet es? 150 Manna. Äh. Euer Gebäude ist fertig. Holz meine ich natürlich. Holz meine ich. Ich meine Holz. Oh Gott, was ist heute los? Ich bin blind, nicht taub. Mhm. Ist das alles? Oh, hier können wir expandieren. Sehr cool. Gibt es Ärger? Darauf bin ich schon ganz wert. Ihr wagt es mich anzusprechen. Lohnt sich fast gar nicht. Sag ich ja. Lohnt sich fast nicht. Euer Gebäude ist fertig. Werden wir erobert? Oh dann. Was kostet denn einer? 185 Holz. Ich bin blind, nicht taub. Dann dauert es noch eine Weile, bis wir hier hinkommen. Das Böse rückt mehr. Noch mehr und geziefen. Gibt es Ärger? Mit Vergnügen. Wo soll ich zuschlagen? Puschen. Vorwärts. Ja, ist super, wenn ihr sich einfach gegenseitig hochhalten könnt. Zack. Oh, von der ne Beweglichkeit. Nice. Ist das alles? Kaum eine Herausforderung. Was ist der Ruf der Natur? Oh, das war jetzt. Die Dämonen in dieser Zeit ist schnapp. Ich kenne meinen Faden. Werden wir erobern? Ich werde unbezüglich. Schau, wir haben die Dämonen drauf. Fast. Alles kein Problem. Okay. Ein Goblinladen haben wir befreit. Ich werde ungeduldig. Ich weiß nicht, ob es jetzt so... Die Rache ist mein. Wollen wir mal gucken, was hier noch drin ist. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine nette Einheit, die da hier, ähm, eingesponnen wurde in einem Eierbeutel. Warum auch immer einer in einem Eierbeutel ist. Eigentlich macht es keinen Sinn. Aber man weiß ja nicht. Blizzard ist Blizzard, ne? Die Rache ist mein. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Das dauert auch viel zu lang hier. Na? Na? Das Böse rückkehr. Hat sich doch gelohnt. Buch der Gesundheit. Schön. Was gibt es hier schönes? Ähm... Was ist das denn, nämlich den Helm versteckt oder unsichtbare Einheiten in deinem Sichtfeld aufzudecken? Aufzudecken. Ich bin blind, nicht taub. Also nicht dauerhaft, schade. Sterbt, Dummkopf. Unsere Krieger greifen den Pfeil an. Packen wir hier mal einen Baum des Lebens hin. Holen uns nochmal zwei davon. Ähm... Und decken das hier nochmal ab. Ach, das geht nicht. Ähm... Das geht schon, wenn man es richtig macht. Mit Shift wahrscheinlich. So. Danach kannst du wieder Holz holen gehen. Ähm... Parallel können wir... Natürlich... Erstmal das hier noch pushen. Schaden der Bogen schützen und übergreifen um drei. Jawohl. Und dann holen wir uns hier einfach noch ein bisschen Unterstützung. Für unsere kleine Kampfhund. Für unsere kleine Kampfhund, aber... Kaum eine Herausforderung. Wir machen so ganz schön wenig Schaden. Meine Kraft bewährt euch. Aber der Trick ist es... Zurück zu gehen. Ihr sagt es mich anzusprechen. Ich habe euch doch gerade gesehen. Interessant. In der KI, die den Angriff vortäuscht? Das habe ich jetzt auch noch nie in der Kampagne gesehen. Dann... Uh... So viel Untote. Ha! Die Turmode gerade richtig... Äh... Es ist rund. Euer Gebäude ist fertig. Ihr eröffnet... Euer Gebäude ist fertig. Ja... Kommt genau richtig. Verteidigen euch. Jawohl. Keine Chance. Sehr gut. Wenn ihr schon mal da seid. Erstmal alle hier. So. Okay. Parallel. Vielleicht mehr davon. Und hier noch. Ich werde ungeduldig. So. Wie gesagt. Das geilste ist, was du machen kannst. Wir wohnen in der Nähe. Verjungen auf die Bären. Und dann... Also verjungen auf die Einheiten. Und dann... Das Böse rückt mir. Dann geht es halt gut. Ich bin bereit. Euer Gebäude ist fertig. Hallo Dora. Noch wieder Sackgasse. Immer diese Sackgassen. Ah. Die weite, weite Welt. Ich trau. Was ist der Ruf der Natur? Kaum eine Herausforderung. Ich bin bereit. Ich werde ungeduldig. Hallo. Wo die eigentlich entlang gekommen sind. Ah. Wahrscheinlich sind sie hier durchgelaufen oder so. Du da. Werden wir erobert? Nein. Ihr werdet nicht erobert. Mann. Für die Bäume. Ihr wagt es mich anzusprechen. Gibt es Ärger? Du kommst doch in der Kuppel rein. Zeig den Weg. Das können wir auch mal forschen. Sind Dämonen in der Nähe? Und drauf. Was ist der Ruf der Natur? Wofür ich bin blind? Nicht taub. Oh Handschuhe der Hass. Oh für den Dämonenjäger. Natürlich richtig geiles Item. Ist das alles? Haben wir erobert? Da oben hat Skelette. Kaum eine Herausforderung. Euer Gebäude ist fertig. Uuuuuhh. Es geht hier ab. Ach, das müssen wir sehen. Eigentlich wollte ich was anderes machen, aber okay. Ich kann es nicht mehr. Der kommt auch nicht weg, ne? Ne, der kommt nicht weg. Ihr habt es mich anzusprechen. Was ist der Ruf der Natur? Vorwärts. Vorwärts. Irgendwann habe ich gerade verloren. Vom Heu rein. Mana Burn. Auf. Und wieder in Kampf. Ein bisschen Unterstützung holen. Die gehen aber auch nicht kaputt, ey. Oh. Raus da, raus da. Draht drauf. Auf den da. Ich bin bereit. Los. Da, Healing drauf. Einmal brüllen. Wieder runter. Das war die falsche Taste. Schöße. Healing. Boah, wenn es geht, sind es die Bären? Ich bin blind. Die gehen rauskrachen. Ich bin blind. Nachteil, wenn Einheiten immun sind gegen Magie, ich glaube, die nicht gehalten werden. Ah doch, das geht. Cool. Nein. Oh. Raus. Der baut Bäume. Das ist ja krass. Ich werde ungeduldig. Apropos, ich hätte das vergessen. Hier unten, ne? Sogar schon ausgewurzelt. Voll verrafft. Wir haben ja genug. Einmal hier mal ein bisschen pushen. Ein bisschen pushen. Mehr Bären. Mehr Fernkämpfer. Und noch mehr Fernkämpfer. Ich werde ungeduldig. Oh Gott. Ihr seid alle in der Gruppe hier. Was ist der Ruf der Natur? Okay. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ja, wage ich. So, einmal bitte durchheilen. Sofort. Natürlich. Ich bin bereit. Zotki E. Okay. So hätte ich es eigentlich machen müssen. Ich habe gedacht, wenn ich mit Shift alle durchklick machen, die das alles automatisch auf sich drauf. Aber ich muss wohl immer E-klick, klick, 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 klick machen. Dann wäre es ein bisschen glimpflich ausgegangen. Jetzt haben wir das Problem. Die haben kaum noch Mana. Ich warte mal kurz auf die Verstärkung. Kollege. Wo kommt denn jetzt? Ach hier, guck mal, hier ist ein Weg. Lol, habe ich gar nicht gesehen. Roffel, habe ich gar nicht gesehen. Das geht nicht. Kann auch nichts nehmen. Schade. Wo soll ich zuschlagen? Der ist verkrüppelt. Zeig mal, was ein Bär drauf hat hier. Oh Gott, wir verkrüppeln halt gar nichts. Was ist der Ruf der Natur? Ich werde ungeduldig. Wo soll ich zuschlagen? Ich bin wach. Ich bin wach. Zack, Healing. Ja, so eine Verdammniswache ist schon ein ziemlich harter Brocken. Aber okay, wir haben eine gegnerische Basis plattgenudelt. Von dem her ist das gar nicht so schlecht. Warum? Oh lol, ich habe jetzt die Einheiten hier übersehen, dass die ja hier sind. Wo soll ich zuschlagen? Werden wir erobert? Ich lege eine Fährte. Äh, ladet euch mal auf hier ordentlich. Mühe los. So. Das Böse rückt näher. Ähm, mehr davon. Dann natürlich, nee, nicht so ein Baum. Ähm, hier wird das ein Türmchen hin. Und da einen Brunnen hin. Und... Ich kann mir die Hotkeys nicht merken. Da noch so einen Brunnen hin. Da unten passt's. Ich mache zwei hier hin. Forschung abgeschlossen. Pack aber auch zwei wieder raus, weil... Da einer und... Da einer. Ich bin blind. Die Forschung ist abgeschlossen. Dann einfach weiter die Forschung pushen. Ganz ehrlich, ich klicke jetzt komplett durch. Wow. Von da unten kommen sie auch schon. Okay. Okay, also anscheinend haben wir von... ...mehreren Seiten die Probleme. Eine Base haben wir schon mal vernichtet. Ich denke mal, da werden wir jetzt nicht mehr die Probleme kriegen. Ach, was ausmachen. Vorwärts. Ja, haltet euch mal hoch. So. Darauf. Gibt es Ärger? Ich bin blind. Euer Gebäude ist fertig. Hier, hier. Euer Gebäude ist fertig. Wir haben eigentlich von denen genug. Deswegen kommt... ...gibt mir die Gewalt der Bären an. Hier. Was ist der Ruf der Natur? Ich warte auf euch. So, weiter geht's. Gucken wir mal, was wir hier so für die Angegnern. Das Böse rückt näher. Okay. Ach, billige Schlammwerfer. Ich bin blind. Ich taub. Gibt es Ärger? Ich lege eine Pferde. Ich werde ungeduldig. Okay. Ist das alles? Da ist die nächste Base. Okay. Zumindest ist es hier in Dämonen rum. Unstaffed. Oh. Okay. Da kommen sie. Heal, heal, heal. Aktive Allerhand. Heal. Was für eine Reichweite hattest du? Halt doch mal jemand die Frau hier. Oh. Ich muss jetzt die Frau schon hier hochbringen. Keiner schafft's. Keiner schafft's. Jetzt kamen wir hier. Respekt. Echte. Los. Haut rein. Kaum eine Herausforderung. Für die Bäume. Ich werde rumgeduldig. Komm schon. Vorwärts. Vorwärts. Reißt alles nieder. Oh ja. Wie ist es ein Reißen? Ihr wagt es mich anzusprechen. Nächste Stufe. Wir machen Feuerbrand, auch wenn ich mich nicht oft benutze. Oh. Da kommt ein Held. Geht uns auch noch hier raus. Und gehst wieder in den Kampf. Oh, das wäre hier awesome. Das wäre hier so awesome. Komm schon. Komm schon. So. Wir müssen. Alle hier herkommen. Alle herkommen. Ich werde ungeduldig. Schützt die Bäume. Ich bin blind. Ich tausen. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Dämonen in der Nähe. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder hier hoch. Gut, dass wir so eine Scroll of... äh... Crown Bottle hatten. Die kam genau richtig. Warum? Ich werde ungeduldig. Hä? Es sind hier zwei Bären, die hier nicht in meiner Gruppe sind. Die stehst du nicht. Unsere Zeit ist knapp. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ich werde ungeduldig. Was ist der Ruf der Natur? Oh, Mann. Können wir erobern? Let's vergnügen. Ihr reicht es nicht anzusprechen. Let's vergnügen. Let's vergnügen. Unglaublich. Jawohl. Nimm, 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 nimm. Okay, nice. Gibt es Ärger? Ich werde ungeduldig. Äh... Du. Hallo, Dora. Okay. Hallo. Hallo. Für die Bäume. Sind Dämonen in der Nähe? Ganz schön viele Bases, die wir hier errichten können. Kaum eine Herausforderung. Und die sei eh schon fast am Arsch. Gibt es Ärger? Ich lege eine Fährte. Meine Kraft gehört eurem. In der Erdwatt? Du hast nochmal platt gemacht, ne? Ich glaub schon. Er wagt es mich anzurechnen. Was ist der Ruf der Natur? Ist das alles? Vorwärts. Einreißen. Apropos einreißen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Wir reißen das voll ein. Ganz ehrlich, wenn wir hier Ehe... Dann einmal... Da und da... Da kann man nichts mehr forschen. Ja, bringt ja nix. Irgendwas zu investieren. Ich bin irgendwie der Meister des Einheiten-Übersehens. Keine Ahnung. Was ist der Ruf der Natur? Gibt es Ärger? Wo geht's weiter? Wir können hier weitergehen? Hallo. Ihr wagt es mich anzusprechen. Ja, tue ich. Du Drecksack. Hallo. Ich werde ungeduldig. Witzig. Kaum eine Herausforderung. Bären sammeln. Bitte. Ich werde ungeduldig. Ich kenne meinen Pfad. Und gib ihm. Sofort das Böse rückt mir. Ist das alles? Hat sich schon fast nicht mehr gelohnt. Euer Gebäude ist fertig. Sehr schön. Gibt uns länger Zeit zu agieren. Ihr wagt es mich anzusprechen. Oh Gott. Bloß nicht. Fancamfer bitte nicht. Einfach vorkennen. Oh. Das wird böse. Ah. Scheiße. Nein. Da ist er. Da ist er. Er braucht hier. Du kannst hier gebrauchen. Er braucht hier gebrauchen. Der frisst halt auch ey. Sind Dämonen in der Welt? Mühe. Bitte hier bleiben. Ähm. Wir brauchen einen Einsatzgrupp. Definitiv. Falls Gegner kommen. Die die Basis verteidigen. Ja. Tue ich. Ich bin blind. Ich taug. Mal kurz zurück wandeln. Ihr wagt es mich anzusprechen. Vorwärts. Ich bin bereit. Hier ist auch noch was. Müllos. Oh ne, die Dämonenwächter. Klingt zumindest schon fies. Oh Leute, vorwärts. Jetzt Drafo. Danke. Yes. Da ist er eins. Diese scheiß Dämonen-Torplatte. Fällt gut was aus. Und macht mal eben Versorgung 90. Ach guck mal. Gibt es Ärger? Da war grad jemand. Heilige Scheiße. Ja geil und die blockieren auch noch. Ihr seid die beschissensten Einheiten, die ich hier hatte ey. Das war die Matras höchstpersönlich. Einmal durchheilen. Einmal durchheilen. Kämpft. Wie ihr noch nie gekämpft habt. Und unten. Na scheiße. Wo soll ich zuschlagen? Ist alle Einheiten verloren? Die verlieren noch alle Einheiten. Ja nee, ist klar. Beschwürt da 100, 100 Infernals. Die mich verarschen. Was haben wir hier noch? Aeinander wieder herstellen. Ja, das schaffen wir nicht hier. Back, back to business. Zurück. Das ist ja lächerlich. Beschwürt da. Keine Ahnung, die Infernals. Alter. Unsere Krieger greifen den Feind an. Hohohoho. Stufe 10. Forschung abgeschlossen. Ich bin blind, nicht taub. Egal. Wir haben ein Dämonentorblatt gemacht. Und das ist wichtig. Ich werde ungesundlich. Unsere Krieger greifen den Feind an. Das weg den Kollegen. Okay. Sammeln. Alle sammeln hier. Der kommt vielleicht auch nochmal zusammen. Der Schläfer ist erwacht. Junge, 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 Junge. Wir haben Fernkämpfer alle verloren. Wir haben alle Fernkämpfer verloren. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ja, schaffst du auch noch. Komm. Komm einfach zurück. Forschung geht hier gar nichts mehr. Okay. Neu sammeln erstmal. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ist das alles? Kaum eine Herausforderung. Ich bin blind. Nicht taubend. Erstmal hier alle wieder zusammenpacken. Meine Kraft gehört euch. Der Schläfer ist erwacht. Willkommen zurück. So. Erstmal hier. Zurück wandeln. So. Eigentlich ist es schon eine relativ gute Armee. Ich würde jetzt erstmal hier die da hier herbringen. Den Rest sammle ich wieder. Wenn da immer nur eine Verdammenswache kommt, reichen zwei Bären und ein paar Archer. Der Rest macht der Tower hier auch noch mit ein bisschen. Der kämpft ja auch mit. Ich würde es aber gerne nur noch mit der Armee wenigstens zwei von denen hier haben. Die weite, weite Welt. So. Was ist der Ruf der Natur? Nicht taub. Das ist die Frage. Geben wir hier Ruf nochmal? Ich weiß gar nicht, ob wir eine Chance gegen den Typen haben. Ich werde ungeduldig. Wir probieren es vorwärts. Gibt es Ärger? Ich bin bereit. Was ist der Ruf der Natur? Sind Dämonen in der Nähe? So, das ist unser mächtiger momentaner Verteidigungstrupp. Schon erledigt. Ich positioniere die mal hier hin. Schon verstanden. Der Schläfer ist erwacht. Und die hier. So. Passt. Ich bin blind. Ich bin taub. Wo soll ich zuschlagen? Noch mehr? Sehr gut. Zeig den Weg. Meine Kraft gehört zu. Oh, die Rüstung. Okay. Ich hab mich, wo der herkam. Der war auf einmal da. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwo eine Base hat. Also ob hier irgendwo was. Vielleicht steht der da. Was ist der Ruf der Natur? Kann gut sein. Dass der da oben ist. Ich geh mal allein da hoch. Wenn du es schaffst. Da ist er ja, der Arsch. Mal gucken, ob er nochmal das auslöst. Okay, wir probieren es einfach. Bleibt ihr erstmal hier. Ah, da ist auch noch ein Portal. Okay. Das ist halt so fies, wenn der eine runterkommt. Ja, der Ruf fällt instant weg raus. Der nimmt auch null Schaden. Willst du mich verarschen? Ach, göttlich. Warum kann das keiner sagen? Okay, zurück, zurück. Das ist nicht gewollt, dass wir den töten. Alles klar. Okay, back. Back to business. Ihr wagt es mich anzustrechen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ich werde ungeduldig. Ja, move. Zeig den Ruf. Wir sammeln auf. Ach, jetzt sind sie hier. Verteidigungsgruppe vorwärts. Sind Dämonen in der Nähe? Okay. Wehrt euch. Wehrt euch. Und Angriff. Perfekt. Gut bewacht. Ich denke, der nächste Angriff gehen wir wieder her. Okay, wir haben einiges an Gruppen wieder verloren. Vor allem haben wir davon welche verloren. Okay, aber das Portal müssen wir noch irgendwie fertig kriegen. Mal das platt machen. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt. Lohnt sich das? Der Schädel ist egal. Finde ich jetzt die Dämonentore, dass das den Schädel beschützt. Aber wir müssen eigentlich nur das da hinten kaputt machen. Die Dämonentore hier sind egal. Ich bin blind, nicht taub. Okay. Ich werde ungeduldig. Wenn ich jetzt hier hinklicke, wo laufen wir dann lang? Ich bin bereit. Mal gespannt, weil ich sehe hier keinen Weg. Nicht, dass der uns den Rücken fällt. Weh, er lauft jetzt gegen die Wand. Ihr seid im Zug. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Oh. Raus da, raus da, raus da. Ich bin bereit. Das ist hier aber auch heftig. Ich weiß, man kann die Bäume bewegen, aber bis der da oben ist, das dauert ja 100 Jahre. So, Healing. Ihr seid hier, okay. Ihr kommt in die Gruppe. Du bist doch blöd, ey. Du Vollidiot. Gut, das ist ein Gegner, den greife ich doch mal an. Stups. Vorwärts. Ich bin blind, nicht taub. Ich werde ungeduldig. Könnte auch mal wieder gerne in die Bären gestalten. Was ist der Ruf der Natur? So, das dauert eine Weile, da wir hier definitiv und ihr könnt so lange mal nachholen. Ich hoffe, das sind jetzt keine Gegner da unten. Vorwärts. Da kommt die nächste Base. Oh, eine verdammtes Wache. Sind Dämonen in der Nähe? Hat er gerade gesehen? Er wollte gerade da reinrennen. Also von rechts kommen Gegner und er. Uh, links. Da ist die Base. Drauf. Ich bin blind. Ich taub. Sind Dämonen in der Nähe? Werden wir erobert? Mit Vergnügen. Erstmal die kleinen Verteidigungsanlagen hier, Prattmann. Servus. Jawohl. Und drauf. Ihr schafft es alleine. Ich werde unbedeutig. Los. Ihr wagt es mich anzusprechen. Mach den Güll. Ah, jetzt kann er sich nicht mehr zurückfahren. Sind Dämonen in der Nähe? Euer Gebäude ist fertig. Hallo. Ihr wagt es mich anzusprechen. Hallo. Oh, ihr seid alle wieder. Ich habe es heute nicht so drauf in der Steuerung. Weiß auch nicht. Raus mit dir. Raus mit dir. Nice. Hier wird der Schädel des Gul'dan aufbewahrt. Diese armseligen Dämonen werden mich nicht davon abhalten, ihn für mich zu beanspruchen. Sind Dämonen in der Nähe? Wo ist hier? Ich werde unbedeutig. Ah, schau. Ich wollte gerade mal nach Börn machen. Ihr wagt es mich anzusprechen. Da hat es noch zwei von denen. Okay. Theoretisch wäre es sinnvoll, mal zu regenerieren. Aber... Das Böse... Was ist schon theoretisch sinnvoll, ne? Ich bin blind. Ich taug. Sind Dämonen in der Nähe? Raus mit dir. Raus mit dir. Raus mit dir. Was ist hier? 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 Ich erinnere mich dann damals. Ich habe tatsächlich frühe Nachtelfen gespielt. Das ist echt crazy. Also ein Multiplayer. Kann es bis jetzt nicht glauben. Ich habe immer versucht die Taktik zu spielen, auf die Bären zu gehen und dann halt mit Verjungen und dann Bärenformen. Das ist halt schon fies, wenn die das haben. Zack. Ich bin blind, nicht taugend. Das war's? Ja, Illidan hier. Bitteschön. Deine Bühne. Sehen Dämonen in der Nähe? Jetzt werden die Dämonen wenigstens diesem Wald nicht mehr verderben. Aber wenn ich den Schädel vernichte und seine Macht für mich beanspruche, werde ich stärker als alle Leutnants von Archimond. Ja, die Macht sollte mir gehören. Und so wurde er zum Dämon. Oh ja, jetzt darf ich auch endlich mal gegen ihn kämpfen. Denn er hat Chaos-Schaden. Und Chaos-Schaden gegen Göttlich ist sehr evil. Also vernichten wir mal eben einen Schreckenslord. Der wird die wahrscheinlich allein packen. Hat natürlich jetzt auch... Ah ne, er hat noch eine Heldrüstung. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Normalerweise sieht nämlich der Typ Göttlich völlig anders aus. Das ist eigentlich das Symbol für eine Heldenrüstung, nicht für Göttlich. Deswegen dachte ich, ja, komm, den packen wir. So, beim ersten Mal dachte ich, okay, meine Einheiten sind nicht herangekommen. Deswegen hat er keinen Schaden genommen. Aber mittlerweile... So. Ich schwapp mal eben kurz. Ah, mal zurückwandeln. Oh, 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 oh. So. Brüll. Wandel. Und du kannst vorgehen, komm. Natürlich jetzt Fernkämpfer. Was mit... Ich sag mal mit einem... Feuerbrand. Ich komm, was brinchen. Schnauze. Bleibt immer weiter hinten. Bevor der... Ja, genau deswegen. Genau deswegen bleibt hinten. Kämpft. Kämpft hier. Gegen die... Da, wechselt auf. Weg aufwecken. Schön. Auf euer Zeichen. Ah, schon tot. Feuer. Gibt es Ärger? Widerlicher Dämon. Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Ich bin es, Malfurion. Das ist aus mir geworden. Nein. Iledan, wie konntest du nur... Der Anführer der Untoten wurde vernichtet. Und die Wälder werden sich mit der Zeit erholen. Zum Preis deiner Seele. Du bist nicht mein Bruder. Verlasse diesen Ort und setze nie wieder einen Fuß in unser Land. So sei es, Bruder. Tja, er wollte doch nur helfen, ne? Aber, okay. Und somit haben wir die Geschichte gesehen, wie Iledan zu einem Dämon wurde. Und ich würde sagen, wie die Geschichte hier an diesem Punkt weitergeht, das seht ihr einfach beim nächsten Mal. Dankeschön fürs dabei sein. Und bis dann. Und bis dann.